Freunde, herzlich willkommen zu diesem Tag, einem wunderbaren Tag. Denn ich habe mir was Nices überlegt und ich werde den gesamten Tag lang nur essen gehen. Das ist schon mal sehr gut. Und ich werde nur die teuersten Sachen auf den Karten bestellen. Natürlich im Sinne der Wissenschaft, ich will herausfinden, sind die teuersten Sachen auf den Karten wirklich die besten. Und wir müssen natürlich erstmal frühstücken gehen. Deshalb machen wir uns jetzt auf den Weg zu einem gehypten Frühstücksspot hier in Köln und let's go. Also ich dachte mir zum Frühstück gönnen wir uns mal ein bisschen was. Das hier drüben, Louis the Breakfast Club bzw. St. Louis the Breakfast Company, irgendwas war da mit dem Namen. Auf jeden Fall ein sehr beliebter Laden in Köln und ich bin mir sicher, dass die auch ein bisschen was Gehobeneres haben für uns. Ich habe mir heute vorgenommen, dass ich nur essen gehe und immer nur das teuerste von der Karte bestelle. Hey, man gönnt sich ja sonst. Ja, eben, ist mir nicht teuer genug. Ja, dann würde ich sagen, nehme ich doch einmal die Ex-Benedict Nordic Style und dazu eine Eislatte einfach. Ich hätte irgendwie gedacht, dass es teurer ist hier, weil es ja voll die gehypte Location ist. Aber 13,70 ist schon knackig. Also wenn ich normal frühstücken gehe, würde ich mir vielleicht nicht unbedingt was für 13,70 bestellen. Aber es ist sowas von dem Rahmen, Alter. Für geile Ex-Benedict jetzt, Alter. Das wird auch sehr, sehr lecker. Wir haben uns gar nicht durchgelesen, wie die sind. Doch, Nordic Style irgendwie mit, ich glaube mit Dill. Und so irgendwie wird es schon kommen, wird lecker. Let's go. So, das Essen ist da. Wir haben hier wirklich Unmengen an Lachs. Das ist wirklich sehr großzügig, muss man sagen. Für diese Menge an Lachs ist der Preis auch wirklich gerechtfertigt, kann ich direkt sagen. Also hier ist nichts Abzocke, kein nichts. Und wenn ihr einfach mal guckt, das Ei hier in der Mitte, das pochierte Ei, guckt mal, wie das wackelt. Das ist einfach Wackelpudding. No joke. Ich habe noch nichts gegessen heute und ich freue mich so sehr darauf. Jetzt kommen wir erstmal der klassische Eieranschnitt. Bereit? Boah. Boah, das ist wild, das ist wild. Okay, probieren wir. So, alles auf einmal. Eigelb, Hollandaise. Hollandaise ist halt immer instant win, so. Boah, ich sage aber ehrlich, ich finde das so fair, den Preis. Egal, da ist eine Packung Lachs drauf, Alter. Boah, dazu noch so dieser Salat für was Frisches. Mmh, mmh, mmh. Heute wird ein guter Tag. Mmh, mmh. Mächtige Kombi, frischer Salat, fettige Hollandaise, jede Menge frischer Lachs, angeröstetes Brot. Komplett wild. Ja, ich meine, du gönnst dir auch heute richtig, ne? Ich gönne mir heute richtig. Der zweite Stopp wird ein hochpreisiges Burger-Restaurant. Und ich kann mir nur vorstellen, was mich da erwartet. Also gesund ist auf jeden Fall was anderes. So, ich habe jetzt ein bisschen zu Hause gechillt, ein bisschen verdaut. Und ich habe gerade was Wichtiges gesagt. Und zwar, dass ich bestimmt wieder was Ungesundes essen werde. Ihr habt es bestimmt schon gedacht auf meinem Channel. Es passiert häufiger, als es sein sollte. Und da gibt es eine Sache, die wirklich wichtig ist. Und deshalb möchte ich euch meinen Partner Athletic Greens vorstellen. Wir gehen mal gemeinsam rein. Nämlich, sich vernünftig und ordentlich Vitamine zuzuführen. Nicht nur Vitamine, sondern auch jede Menge andere Sachen, die hier drin sind. Und warum ich das benutze und warum ich davon überzeugt bin, erzähle ich euch jetzt. Erstmal, warum ich davon überzeugt bin. Und das ist wirklich keine Floskel, sondern ich habe mich davon überzeugt. Ich meinte, bevor wir hier irgendwas machen, schickt mir erstmal was zu. Ich probiere das Ganze. Und ich muss euch sagen, ich habe das getrunken. Und ich war so, hm? Und nach einer halben Stunde, ungelogen, habe ich mich besser gefühlt. Und dann habe ich mich ein bisschen schlau gemacht, warum das so ist. Athletic Greens enthält 75 Vitamine, Mineralstoffe, Präbiotika und Adaptogene und jede Menge andere gute Sachen. Und das Krasse ist, man macht sich einen Athletic Greens Drink und hat mit einem Löffel alle täglichen Nährstoffbedürfnisse. Und das Beste ist, das ist nicht für irgendeine Sportlerernährung zugeschnitten oder sonst was. Nein, auch wenn man den ganzen Tag rumfährt und Restaurants testet, kann man das super gut integrieren. Ihr könnt euch natürlich jetzt denken, der kann uns viel erzählen, aber es gibt eine 60-Tage-Geld-Zurück-Garantie. Und nicht nur das, wenn ihr über meinen Code, athleticgreens.com slash max, ziemlich cooler Link übrigens, bestellt, kriegt ihr dazu eine Jahresdosis Vitamin D3 und 5 Travel Packs. Weil logischerweise kann man die Schale, die man im Startup-Pack bekommt, nicht überall mit hinnehmen. Deshalb Leute, tut euch was Gutes, ich tue mir was Gutes, checkt das Ganze ab, alle Infos nochmal in der Infobox und weiter geht's mit dem Video. So, wir sind jetzt auf der Aachener Straße und da vorne ist auch schon unser Laden. Ich bin ernst gespannt, wie teuer es da wird. Bro, ist das der richtige Laden? Ja. Fragen wir mal. Boah, The Bird Bison Burger, Doppelburger, 28 Euro. Aber der Laden hat zu. Digga, das wäre für das Video so geil gewesen. Ich bin nicht mehr da, wenn die da aufmachen. Ich glaube, bei Google stand sogar, dass die offen haben. Wir überlegen uns das anderes. Und am besten überlegen wir uns schnell was anderes, weil ich habe ernst Hunger. Ich glaube, The Bird jetzt Café de Paris. Ich war selbst noch nie dort. Weiß, dass es, glaube ich, auch pricey werden kann. Deshalb weiß ich nicht, ob es die beste Entscheidung ist, hier hinzugehen. Aber wir machen das jetzt, Leute. Also ich weiß auf jeden Fall aus meiner Insta-Story, dass da nur die Schönen und Reichen hingehen. Ja, da sind wir ja richtig. Ne, sind wir ja nicht. Das ist halt ein Sport. Ach du? Ich überfliege mal. Ach, für Aus dann? Das ist ja 24,50. Minion, hast du's? Wir haben das, wie heißt das? Charolais Edelrinderfilet. 250 Gramm vom Lavasteingrill. Für 42,50. Das ist ein angemessenes Mittagessen, würde ich sagen. Das gönnen wir uns jetzt. Nehmen wir mit, oder? Grüner Spargel, Pfifferlinge. Boah, Kalbschnitzel mit Kartoffel-Trüffelsalat. Ich schwör's dir, das wäre so geil jetzt gerade. Aber ich muss halt das Filet nehmen. Gucken wir mal. Thomas Review erstmal, sie werden eh nicht so gut sein, wie bei Henssler letztens. Glaube ich nicht. Mh, okay. Einfach schon mal direkt fronten, die werden eh nicht so gut sein. Und dann? Weil die so krass waren. Sind ganz andere. Mit Schale dran und so. Aber es ist trotzdem, Digga, sehr lecker. Aber ihr erinnert euch, letzte Woche, hab ich gesagt, Ketchup und Mayo sind Menschenrecht. Wo? Wo sind sie? Sind wir hier zu fancy für Ketchup und Mayo? Nein, ich probiere jetzt das eigentlich Wichtige. Machen wir einen Mittelschnitt? Ja, wir machen einen Mittelschnitt. Oh, man merkt schon, ist es noch schön weich. Oh yeah. Wir haben nichts gesagt, also sollte es ja medium sein. Ja. Ja, ist schön. Lag auf jeden Fall länger auf der Unterseite. Wir probieren das Ganze mit Pfifferlingen. Auch einfach nice. Es isst man auch viel zu selten mit Pfifferlingen. Ehrlich, Digga, das schmilzt. Das schmilzt komplett weg. Übelst geil. Generell ist hier das Preis nur ein bisschen höher, weil es einfach so ein Innenladen ist, so ein Szeneladen ist. Es ist wirklich top. Also wirklich top. Guck es dir nochmal an. Ja, es ist kein Stück. Dickes Stück, Spargelwild, Pommeswild. Ich würde einfach so, von mir selbst aus würde ich es mir eigentlich nicht bestellen. Aber man kann es auf jeden Fall machen, wenn man sich mal krass was können will. Ja, man muss es sich auch mal gönnen. Ja. Ich gönne. Mh. Mh. Let's go. Spannend, was hier das Teuerste ist. Bitte nicht. Bitte gibt es was Teureres. Bin ich schon wieder Filet mit Pfifferling. Sonst nehme ich das Zweiteuerste, okay? Ich bin super gerne hier. Das ist mit einer meiner Lieblingsläten, zu dem ich es aber sehr selten schaffe. Zu dem Anlass. Gucken wir doch nochmal vorbei. Ich finde es hier mega chillig. Es ist einfach wie in Italien so. Vom Wei. Und wenn es jetzt noch was Teures gibt, bin ich ja wie. Warum kann Trüffelpasta nicht das Teuerste sein, Digga? Beides 23,50. 23,50 erstmal deutlich angenehmer für meinen Geldbeutel als heute Mittag. Polipo a la Griglia. Polpo wahrscheinlich. Oder kleiner Polpo. Tono ai Ferri. Thunfisch mit Pfifferling. Oh, Pfifferlinge hatte ich heute halt schon mal. Polipo ist nicht meine erste Wahl. Ich würde wirklich, wirklich gerne gerade einfach die Trüffelnudeln bestellen, aber ich darf halt nicht. Damit hätten wir auch schon mal die Frage beantwortet. Ist das Teuerste immer das Beste? Nein. Thunfisch habe ich noch genug von Henssler. Das heißt, es wird jetzt der Polipo. Aber ist auch geil. Ich meine, durch so Sachen, wenn man sich so weirde Challenges stellt, dann probiert man auch nochmal neue Sachen auf. Ich sage jetzt, ich würde das nicht bestellen, aber ich habe zum letzten Mal Polpo vor zwei Jahren gegessen, Digga. Deshalb, das wird's. So, hier haben wir unseren Teller. Sehr, sehr hübsch, muss ich sagen. Wirklich, man hat das so auf dem Teller und man denkt, man ist nicht in der Kölner Innenstadt, sondern man ist in Italien. Und dann ist eigentlich alles richtig bei einem guten Italiener. Frische Zitrone drauf. Wichtig. Und dann bin ich gespannt, ob es mir vielleicht doch schmeckt. Boah, geil. So richtig ordentlich drüber. So, jetzt sehen wir mal. Hat schon ein bisschen was komisches, so, ne, von der Form, aber... Mh, mh. Seit wann ist Polpo so cremig, Digga? Das ist ja gar nicht so dieses Harte, weißt du? Ja, hart ist eigentlich dann blöd. Ja? Ja. Kann es sein, dass du immer nur schlechten gegessen hast? Wenn ich jetzt Ja sage und meine Mama das Video sieht, dann habe ich ein Problem. Nein, aber wirklich richtig gut. Ich bin wirklich positiv überrascht. Ich war ein bisschen traurig, dass ich keine Pasta fetzen konnte, weil sie leider nicht das Teuerste war. Aber, mhm, geil. Richtig frisches, leichtes Essen. Drinnen so frittierter Rosmarin, Thymian-Este. Übelst geil. Also No-Jow kulinarisch, so von der Komplexität, auf jeden Fall der Höhepunkt von heute. Aber ich muss es noch ein bisschen wirken lassen und dann wird auch dieser traumhafte Tag zu Ende, gell? Boah, Knusprig. Hat sich gelohnt. Hat sich wirklich gelohnt. Mein Fazit, nehmt ihr mal das Teuerste. Nein, Spaß. Nehmt, worauf ihr Lust habt. Aber wenn ihr mal was Neues ausprobieren wollt, auch wenn es das Teuerste ist, ist es häufig eine gute Idee. Also mit einem Espresso lassen wir das Ganze jetzt nochmal ausklingen. Ich muss sagen, das war schon sehr, sehr gut heute Abend. Also preislich vollkommen in Ordnung und richtig lecker. Also ich glaube, es war mit mein Lieblingsessen heute auf jeden Fall. Insgesamt war es aber ein sehr leckerer Tag. Und ich sage euch ehrlich, ich bin gespannt, wie das ist, wenn wir das Ganze mit dem günstigsten Essen von der Karte machen. Weil ich glaube, wenn die Restaurants gut sind, passt das auch. Danke sehr. Deshalb würde ich sagen, Leute, wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Macht's gut. Bestellt nicht immer das Teuerste, aber manchmal kann man es nicht gönnen. Ciao, ciao.